Nach heftigem Kämpfen begannen die US-Marine mit ihrem Vorstoß in die Stadt, in der sich Alas war zum letzten Gefecht lüste. Die Kämpfe in der Hauptstadt werden verbittert. Abdeckgeschossen. Laut Bestätigung, wiederhole Planfahrt 52761, neiner, over. Bravo 6, verstanden, over. Bravo 6, da ist ein Abrams direkt voraus im Wasser, Rufzeichen Warpik. Lieutenant Laskers, ihre Einheit geht vor, over. Verstanden. Bravo ist unterwegs, Warpik soll sich bereithalten. Wind unterwegs, Ende. Der Panzer steckt einen halben Kilometer südlich von hier fest. Los jetzt! Bewegung, Bewegung! Gesichert, jetzt! Hinterhalt! Kontakt rechts, Kontakt rechts! Das Gebäude da unter Sperrfeuer nehmen. Wir müssen vorwärts. Jetzt auf Nachtsicht umschalten. Jackson, mit Reusowits die Treppe hoch. Wir sichern den Eingang. Los! Vorsicht beim Feuern! Wir sind im ersten Stock! Verstanden. Verlagern das Feuer. Sicher! Attackiere Ihre linke Flanke mit Ihrem Maschinengewehr. Mähe sie nieder! Schieß durch die Mund auf Sie! Achtung! Weitere feindliche Truppen nähern sich dem Panzer! Sofort dorthin! Verstanden! Wir arbeiten dran! Over! Sicher! 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 Sir, die gibt's dann! Weißer da draußen! Klappe halten und nagle sie weiter fest! Verschlanden! Sperrfeuer! Geradet weg! Meiner Boden! Hab ihn erwischt! Feinde! Da an dem Pick-up! Kontakt an der Überführung! Die Aufklärung hat feindliche Panzer in diese Richtung fahren sehen! Rauf aufs Dach und diese Javelin gegen sie einsetzen! Schon dabei, Sir! Private West hat erwischt! West hat erwischt! Jackson, an die Javelin! Jackson, den Panzer da mit dieser Javelin ausschalten! Feuer auf die Fahrzeuge am anderen Ende der Brücke! Beeilung! Sie laufen nach vorne! Sie wissen! Jackson, in den ersten Stock und die Panzer ausschalten! Der Feind auf offener Fläche! Sie zerstört! Zersperrt! Totgemacht! Feindliche Soldaten auf offener Fläche! Guter Schuss, Mann! Okay! Das war der Letzte! Trepposex, wir stehen nördlich der Überführung unter schweren Beschuss! Wo zum Teufel seid ihr? Wir sind fast da! Durchhalten! Der Panzer ist auf der anderen Seite der Überführung! Los jetzt! Zurück zum Trupp! Alpha-6, wie ist der Status? Over! Wir sind noch einmal auf Singelförder! Es ist nur noch wir vier übrig! Aber der Panzer ist noch ein! Over! Wir haben uns lexige Rohrfähig! Das ist auch geschütztes Bild! Aber wir haben noch unser Maschinengewehr! Sie kommen mit Sprengsätzen rein! Lasst sie nicht zu nah an den Panzer! Lachen! 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 Helena! Das war ein Brot! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Was ist das? Jackson, platziere das C4 in der Kanone. Bewegung! Gute Arbeit! Jetzt noch Sicherheitsabstand! Wir sind soweit! Jackson, mach schon! Jackson, Luftunterstützung unterwegs, aber ich brauche die genaue Position. Platziere ein IR-Signal und ziehe die Aufmerksamkeit auf dich. Over! Okay, Leuchtzeichen gesichtet. Wir kommen von Nordaußen rein. Ich bin bereit. Und zwei, siehst du, wo unten noch jemand ist? Negativ, wir haben sie. Verstanden, alle Ziele zerstört. Wir sind raus. Viel Glück, Jungs. Over! Kommando, Landezone gesichert. Bringt die Techniker rein, damit wir den Panzer wegkriegen. Verstanden, sie sind auf dem Weg. Gute Arbeit. Over! Dein Panzer neu formieren! Trupp, los! Herhören! Wir haben nicht viel Zeit, den Panzer rauszubringen. Wir nehmen Verteidigungspositionen um diesen Sumpf hier ein. Hier und hier. Verschaffen wir den Technikern etwas Zeit, um ihn flott zu machen. Hurra! Wir haben Nikolai. Wir bringen ihn in dein Versteck nach Hamburg. Ankunft 0700. Ende. Was zum Teufel nochmal ist das? Raketebahnflug! Festhalten! Ist alles noch dran? Los! Hoch! Los jetzt! Wir müssen los, bevor die Suchtrupps hier sind. Gibt es Verluste? Paulson und beide Piloten sind tot, Sir. Scheiße! Okay, der Evakuierungspunkt ist nicht weit von hier. Machen wir uns auf den Weg. Bravo, 6. Baseplate hier. AC-130, Luftunterstützung ist unterwegs. Es dauert aber eine Weile, bis Sie in Angriffsposition sind. Verstanden. Bravo, 6. Ende. Eine AC-130, was? Hab lang nicht mehr damit gearbeitet. Sir, da kommen Fahrzeuge aus dem Norden. Unter die Brücke da, Bewegung! Alles klar, gehen wir. Das ist ein Ort, wie eine Spalte. Ha, 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 ha. Achtung! Wir haben Gesellschaft! Was ist hier passiert? Was ist Ihnen wichtig? Ich muss nicht überraschend sein. Wir wissen, dass Sie sie irgendwo präuchten. Wer sich präuchert? Bereich gesichert. Alles klar, weiter jetzt. Scheinwerfer, runter! Unten bleiben! Unten bleiben! Der Helium fährt sich. Los jetzt! Kontakt auf 6 Uhr. Feuer erwidern! Gez, wir halten Sie auf. Mach sofort diese Kellertür auf. Bin dabei. Die Tür ist auf, Sir. Rein ins Haus! Los, los! Was soll die verdammte Rapperei? Los, die Treppe runter! Rein in den Keller! Schaum! Vorgehen und nach einem Ausgang suchen! Heut, die Tür orange! Ich Mireure! Access observation! fian hat sie in die Tür, als esigt nicht so funkt? Ich weiß einfach nicht so, wie er пятьiert hat. Es ist zu ruhig. Wo zum Teufel sind die hin? Sie formieren sich vielleicht neu. Versuchen uns weiter vorne den Weg abzuschneiden. Wachsam bleiben! Wachsam bleiben! Wachsam bleiben! Wachsam bleiben! Wachsam bleiben! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Los jetzt, aber auch unauffällig Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Helikopter dreht noch eine Runde, sucht durch Deckung! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir werden weiter vordringen, wenn ihr den Bereich vor uns gesichert habt. Acht auf Silhouetten auf den Dächern. Marines bereit machen. Wir werden ein paar Geschosse in diese Gebäude befördern. Bereit! Schütze, zweistöckiges Gebäude! Ein Uhr, erdgeschockt! Ziel erfasst! Feuer! Bereit! Schütze, zweistöckiges Gebäude auf ein Uhr, erster Stock! Ziel erfasst! Feuer! Bereit! Schütze, zweistöckiges Gebäude! Elf Uhr, erster Stock! Ziel erfasst! Feuer! Bereit! Gleichwirkiges Gebäude, elf Uhr dreißig, erster Stock! Schütze, zweistöckige Gebäude! Ziel erfasst! Feuer! Feuer! Bravo 6, wir gehen rauf. Verstanden. Bereit! Schüsse! Dreistöckiges Gebäude! Elf Uhr! Erster Stock! Ziel erfasst! Feuer! Feuer! Bereit! Schüsse! Dreistöckiges Gebäude! Zwölf Uhr dreistöckig! Erster Stock! Ziel erfasst! Feuer! 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 Feuer, Feuer! Wer schießt diese Ziele? Ziele kommen aus der Deckung! Im Westen! Der ist der! Der ist der! Der ist der! Der ist der! Feindkontakt! Der Marktstand im Südwesten! Der ist der! Bravo 6, hier Vorweg! Bereit zum... Bereit zum Vortreten! Over! Verstanden! Vorwärts und Position an der Biegung halten! Over! Roger! Unterwegs! Vorwärts! Bereit! Ziel erfasst! Feuer! Bereit! Ziel erfasst! Feuer! Bereit! Flach! Wacken! Wacken Kilometer! Wo sind die Mantra? Mein Interessante! Was ist das? Feind dich in Vertrieb! Erdgeschoss! Beide! Erdgeschoss! Feind dich! Erdgeschoss! Feind dich! Erdgeschoss! Feind dich! Erdgeschoss! 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 Ja, zieh hoch! Feuert auf, die dahinten! Feinde! Feindliche Soldaten! Nahe dem braunen Auto! In den Köpfen! Geh rein! Geh rein! Ziele kommen aus Entdeckung! Im Süd-Osten! Stopp! Da kommt ein feindlicher Panzer die Straße rauf! Ja, zieh hoch! Warpik, Bravo-6. T-72 hinter dem Gebäude auf 10 Uhr. Sie können angreifen. Hora! Verstanden, Bravo-6. Ich hab ihn auf dem Ramot! Rechlauf, Manuel! Feindliche Truppen auf Afro-Felker! Im Süden! Feuere! Wechsel das Magazin! Heilige Scheiße! Hast du das gesehen? Ja! Juhu! Gut geschehen, indirekte Treffer! Jetzt fliegt's wie raus hier! Komme durch! Verstanden, Bravo-6. Sind wir jetzt da? Hallo, wie ist Ihr Status? Over! Die wertvolle Ladung ist heil und unterwegs. Wir sind fast bei Schnellstraße 4 und sollten bald Sichtkontakt zum zweiten Platoon haben. Verstanden, Lasso in 1, 2m. Landauto in 1, 2m. Aufräumen! Lufs, Max-4. Dastres in 1, 2m. Dr.lock auf 2m. Die Spezialeinheit ist unterwegs, um Al-Assad zu holen. Wir brauchen jeden Mann, also kommen Sie an Bord, Over. Verstanden. Wir haben soeben Al-Assads Aufenthaltsort herausgefunden. Alle Mann an Bord. Na los! Wir haben eventuell Al-Assad in der Hauptstadt entdeckt. Das erste Bataillon ist auf den Aufklärungsdaten des SAS lassen vermuten, dass Al-Assad einen russischen Sprengkopf besitzt. Wir müssen uns vereilen. Noteinsatzteams wurden losgeschickt. Unsere Spezialeinheiten haben den Großteil der Luftverteidigung ausgeschaltet, aber alle Ersatzbodeneinheiten sind noch eine Bedrohung. Sieht aus, als würden wir mit dem vollen Programm angreifen. Wir schnappen Al-Assad und beenden diesen Krieg jetzt und hier. Los, Marines! Information, erhörens Ziel 30 Sekunden. Outlaw, hier ist Adler. Wir kümmern uns um die großen Ziele. Erledige die Unruhrstifter mit dem Mark 19. An alle, hier Adlerhaube. Wir sehen feindliche Panzer in Palmenhain westlich des Flusses. Beweilen, die Schaffung. Weilen, die Strecke. Werden beschossen. Wir haben Raketenwerfer auf den Dächern. Luftasie-Kanone auf dem Dach. Zweite mit Raketenwerfer. Kommando, Outlaw 254. Infanterie stößt vor. Wir können landen. Ja, verstanden. Okay, Bachelor 27. Bringen wir diese Abrams an die Fronten. Outlaw, ihr habt ihr absetzen und den Rest zwei Kilometer weiter nach Westen. Ein Stößtrupp ist in der Stadt festgenagelt und muss evakuiert werden. Die Rampe runter! Bewegung! Los, los, los! Verstanden, Kommando. Outlaw 25 ist unterwegs. Marienes, Heere und eine unserer Vorruten ist festgenagelt und braucht unsere Hilfe. Outlaw, hier ist Nedley. Fliege zurück zum Stützpunkt zum Aufklanken und Nachlagen. Ihr seid jetzt allein. 2,5. Die Vorhut sind im Kampfgebiet fest. Sie signalisieren ihre Position mit grünem Rauch. Verstanden, haben sich Kontakte. Outlaw 25 enden. Achtet dabei auf Verbündete beim farbigen Rauch. Evakuieren wir unsere Jungs und dann nichts wie weg hier. Mörserbeschuss! Achtung! Landelzone nicht sicher. Dreh in eine Schleife. 3 Minuten. Vollkontakt! Trüben bei der Kapustenmauer! Achtet auf Verbündete beim grünen Rauch im ersten Stock. Holen wir unsere Jungs da raus. Na los! Achtet die Abkampagne! Achtet die Abkampagne! Lauch! Kontakt! Achtet die Abkampagne! Achtet die Abkampagne! Achtet die Abkampagne! Sie laufen nach vorne! Wechseln die Abkampagne! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Wir sind im ersten Stock! Ich wiederhole, wir sind im ersten Stock! Auf den Balkon schießen! Holt ihr uns hier raus? Hier sind's Captain. Raus hier! Holt euch ist der Weg! Aufgetreten, voll aufgerüstet. Habt ihr mich verletzt? Polizist! Abbrücken! Los doch! Los doch! Vollkontakt! Soll ich bei dir raus! Einer weniger! Einer weniger! Einer weniger! Drüben bei dem Zaun! Korrektabolution! Verweihung! Verweihung! Tabin erledigt! Fein Kontakt! Drüben bei dem Zaun! Los! Zur Landezone! Bewegung! Los! 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 Gexen! Zurück zu Mark 19! Zehn! Outlaw! Wir haben hier ein Problem! Over! Sprechen Sie, Kommando! Das Team Team 6 hat eine mögliche Atomwaffe in aller Satz Palast im Westen entdeckt. Nukleare Noteinsatzteams sind unterwegs. Alle zurückziehen, bis die Waffe als sicher eingestuft wurde. Over! Wir sind getroffen! Wir sind getroffen! Wir sind getroffen! Ich habe den Heckrotor verloren! Mayday! Mayday! Sächlich hier! Wir gehen runter! Wir stürzen! Wir haben einen Cobra verloren! Ich wiederhole! Wir haben einen Cobra verloren! Valley! Outlaw 25! Bitte melden! Over! Sturzstelle! Ich sehe Schüsse aus dem Cockpit rum! Bitte erlauben es, eine Rettungsaktion einzuleiten! Verstanden! 2-5! Seien Sie vorsichtig! Für den Fall einer nuklearen Explosion sind Sie im Gefahrenfeld! Haben Sie verstanden? Verstanden! Wir wissen, worauf wir uns einlassen! Alles klar, 2-5! Ihr seid dran! Holt den Piloten da raus, wenn ihr könnt! Ende! Valley! Bitte melden! Wie ist dein Status? Over! Wir sind hier! Wir sind hier! Wir sind hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich könnte hier unten echt Hilfe gebrauchen! Halt durch! Wir sind auf dem Weg! Vorsicht, 2-5! Feinde kommen zur Absturz! Stelle südwestlich eurer Position! Wir haben 90 Sekunden, Jackson! Der Pilot! Niemand wird zurückgelassen! Jackson, hol sie da raus und zurück zur Landezone! Mach schon! Los! Zum Hubschrauber! Wir kümmern uns hier drum! Los! Lieutenant Vazquez, hier Outlaw 2-5! Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, sich zu verdrücken bei Over! Verstanden! Sind unterwegs! Outlaw, hier Kommando! Wir haben eine mögliche atomare Bedrohung in der Hauptstadt! Auf Mindestsicherheitsabstand gehen, bis das nukleare Noteinsatzteam die Situation freigeht! Los! 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 Ladies & Gentlemen! Hier spricht der Kapitän! Wir erwarten ein paar Turbulenzen! Festhalten! Jake, gib mir vollen Schuh! An alle UAE haben eine bestehende Bedrohung in der Stadt! Einsatzteams sind vor Ort und versuchen zu entschärfen! Hallo! Festhalten, Männer! Mete und ind entrepreneurship Festhalten, Männer! Festhalten, Männer!